Musik Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Zürich Unbekannte Orte Heute möchte ich dir einen Ort vorstellen, der bei Zürich Besuchern und Touristen selten auf dem Besucherprogramm steht Hinter mir ist der Eingang zum Parkhaus Opera, hier am Sechseleutenplatz in Zürich Der Platz heisst Sechseleutenplatz, weil jeden Frühling hier das Frühlingsfest der Zürcher Zürich gestoppt findet und hier der sogenannte Böck verbrannt wird da wird dieser ganze Platz abgedeckt mit Sand und Kies und ein riesen Feuer aufgebaut und die Pferde reiten drüber, aber eben das ist eine andere Geschichte Hinter mir siehst du das Zürcher Opernhaus und gleich daneben das Bernhard Theater Das ist ein Theater, wo vorwiegend Boulevard gespielt wird Dieser Platz war früher eine Wiese und wurde 2010 und 2011 neu gestaltet Im Untergrund befindet sich heute das Parkhaus Opera und beim Bau des Parkhauses wurden hier die Überreste von sehr alten Pfahlbauten entdeckt Heute kann man in einem Zugang zum Parkhaus die ganze Geschichte zu diesen Pfahlbauern entdecken Sie wurden mit großem Aufwand von der Stadt Zürich für die Öffentlichkeit aufbereitet In der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem Video, das eine virtuelle Begehung des Pfahlbauerdorfs zeigt und auch die genauen Koordinaten für Google Map lege ich euch dazu So und jetzt begehen wir uns mal in diesen Untergrund ins Parkhaus So und jetzt begehen wir uns mal in der Videobeschreibung Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hoffe, dass dir dieser Ausflug in die Vergangenheit gefallen hat. Vielleicht hast du ja auch mal Zeit, hier vorbeizuschauen. Ich freue mich auf deinen Kommentar, ein Like oder gar dich als neuen Abonnenten dieses YouTube-Kanals. Grüß aus dem Herbstlichen Zürich und bis zum nächsten Mal.